So, heute habe ich einen Versuch für euch und erstmal muss ich meinen Kettel ablegen. Den Versuch könnt ihr problemlos zu Hause nachmachen. Was braucht ihr? Einen Glasbecher mit ungefähr 100ml Wasser, 30-50ml Sonnenblumenöl oder Rapsöl und einmal Tintenpatrone. Wir haben einen Glasbecher zur Hälfte mit Wasser voll und geben vorsichtig jetzt Öl hinzu. Vorsicht, nicht alles auf einmal, sonst hat man Luftbläschen im Gemisch. So, man kann jetzt wunderbar die zwei Phasen erkennen. Und jetzt gibt man drei bis vier Tröpfchen von der Tinte hinzu. Wenn du dieses Zwischenprodukt hast, kannst du so langsam hin und her schwenken und sehen, was passiert. Viel Spaß beim Nachmachen. Bleibt gesund.